Meine Großmutter war 1863 geboren und sie hat uns kein immer gesagt, wie wir das Feuer anmüssten machen. Und da hat die Bachstelz gesagt, erst große, große Gezänkel, dann Knödel bei mein Bein. Und dann hat sie uns immer noch erzählt, die Mutter hat gesagt, auch schön mein Fuss, wenn ich rausgehen muss. Wenn es zum Tanzen geht, tut mir mein Fuss nicht mehr weh.